Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Dice mit Spadegate. Ja hallo, Spadek, du meinst wohl Spadekade, ja. Spadegate. Was machst du denn hier? Flugzeug oder was? Ich? Ne Spadegate ist auch mehr so Raumschiff. So, wegen Space. Spadegate? Spadegate? Ist das immer noch lauter? Kann das sein? Bin ich noch? Oh ja, hups, ich mach mich mal eben schnell in die ganz normale Lautstärke. So, sorry, tut mir leid. Da fiel mir was auf. Da soll man das erklären, es wurde gerade irgendwie ein Team zurückgesetzt, weil da wohl ein Bug war. Das können wir wahrscheinlich bei den anderen Videos besser sehen, weil wir wussten jetzt nicht genau, was da vorgefallen ist. Die hast du gefunden? Du hast die hast du gefunden? Nein. Ja, ich hab die erst gefunden. Kann ich die mal sehen? Ne, verpiss dich. Die Blastung gebunden. Kommt meiner neuen Maus irgendwie noch nicht so ganz klar. Hundert, Millionen. Weiß es noch nicht. Ich hab nur eine... Ich hab so eine MMU-Maus geholt, da hab ich die Tasten auf F belegt, jetzt kann ich Screenshots machen, ohne dass ich die F-Tasten drücken muss. Okay. Ah, lol. Oder F3 oder ähnliches. Den wir nur da drücken. Mit den 500 Tasten an der Seite? Ja, die hat 12 Tasten an der Seite. Ah, okay. Nice, ey. Ich würde dir die ganze Zeit aus Versehen drücken. Ne, das passiert halt so, aber ich weiß nicht, ich muss mich nicht dran gewinnen an die dieses Mal halt so. Damit kannst du auch gut telefonieren wahrscheinlich, ne? Ne, telefonieren kannst du aber nicht. Ne, ich mein, weil du so einen Nummerblock da dran hast. Jawoll, 5 Dias. Nice. Jawoll, jetzt wurde Kef getötet. Okay. Ne, geschleckt. Sollen wir uns an die ranwanzen? Ich bin ja nur in der Höhle. Ist immer noch deine Nähe? Der Peter, der schreibt gerade, er kann nicht drauf. Loll. Mann. Ja, ist jetzt sein fucking Problem, oder? Ja, ich hab jetzt auch keine Lust mehr, doch mal zu warten. Ja, echt mal. Hä, viel Glück an alle. Was will er machen? Achso, er will einfach nur in der Aufnahme auftauchen. Ja, eben. Aha, verstehe ich schon. Stimmt, da war mal einer. Oh, die ganze Zeit steher. Ah, ne, da wär doof. So. Ich hab allen. Und wie ist das dann bei euch? Ich hab 46 Eisen gerade. Ich hab 46 Eisen gerade. Okay. Spark, was läuft bei dir so? Ich hab auch mit ein bisschen Eisen, ein bisschen anderes Zeug an, aber ich hab nichts wirklich Gutes. Ah, okay. Da wird auch ein bisschen Eisen gefarmt und hab dann mal in den Ofen gekriegt. Haben wir eigentlich einen Verzauberungstisch, ne, ne? Leider nicht. Mit der Maus ist es echt nicht gut. Treff nix. Oh, ich hab die jetzt gefunden. Nice. Das ist verzeichnet. Fortune haben wir nicht, ich baue die ganz normal. Ab mit einer Eisenflitz-Sacke. Ich bin ja in der World Border schon wieder. Ah, Peter lässt da. Weißt du, was mies wär, wenn du abbaust, ne, in der World Border ist so ein Diamantblock. Alter, was ist mit... Was ist denn? Oh Gott. Ja, der Enderman ist gerade richtig schnell auf mich zugerannt, alter. Der hat mir voll Angst gemacht. So sechs Deals hab ich. Ah, sehr gut. Ich glaub, der wollte dir auch noch Angst machen. Boah, das wär riesig. Auch eh, das ist 25, gell? Ja. Oh, jetzt ist der Wasser. 24 für Equip oder so und der Rest ist für Schwert. Stimmt. Alles klar. Also brauchen wir 100 Deals. Let's go. Goldroof auch mitnehmen, ne? Wir brauchen noch mehr, wir brauchen noch mehr zu essen, so langsam mal, ne? Dass wir einigermaßen was kriegen. Hatten wir nicht noch irgendwo Seeds jetzt? Oder hast du die alle schon verbaut wieder? Das Feld ist angeleg, das große. So. Essseeds hatten wir nicht. Nö. Ich bekomme jetzt Hungerschaden. Ja, dann mach dir schnell ein Brot. Ich glaub, dafür reicht's. Ich bin nicht bei euch. Ich glaub, das ist noch gar nicht... Ah ja, stimmt. Okay, warte ich noch mal euren Koordinaten kurz, bitte. Minus 539. Ja. 12, 131. Und nein, Leute, das ist egal. Wir nehmen die Folgen nacheinander auf. Uns kann keiner finden. Ja. Ich lese schon wieder die Kommentare. Boah, ist der doof, der hat seine Koordinaten verraten. Warum macht der so? Der Hund. Ja, wenn ihr das seht, ist das Projekt schon fertig aufgenommen. Genau. Also wir wissen jetzt sogar schon. Hoffentlich. Hoffentlich ist es dann komplett aufgenommen. Ja, hoffentlich. Kann natürlich auch sein, wenn da irgendetwas ist. Wahrscheinlich gab ich jetzt gleich Silberfische an, dann die töten. August 16 nochmal ran müssen dann. Und ab und zu nach oben gucken, ne, Leute? Ich glaub nicht, dass man uns hier unten sehen kann. Meinst du nicht? Wir sind schon ziemlich weit runter gegangen. Also. Ich kann mir vorstellen, dass die, als sie gedacht haben, wo sie ein Würfel geholt haben, sich gedacht haben, so, äh, ja, die sind eh fertig. Das war's. Scheiße. Achso, okay. Die haben nix. Die werden verhungern. Genau. Ja. Wir haben einen Kuchen an der Milch haben wir auch nicht, ne? Boah, wir hätten eine Kuh mitnehmen sollen, dann hätten wir einen Kuchen backen können. Ich würd ja mal interessieren, ob überhaupt einer oben ist, weil wir haben ja oben auch noch voll viel Weizen und so. Wolltest du gucken gehen, oder wat? Weiß ich nicht. Ich überleg gerade so, aber ich hab ein bisschen Angst. Der Weizen ist nicht auf ein Leather. Was? Ist von einer Leiter runter gefallen. Lol. Mal weitergraben hier. Da haben wir mal zwei geile Pickachsen. Dr. Banks geht voll ab, ne? Ja, der hat halt einmal das Equipment, der farmt die jetzt am Spawn ab. Die spawnen einfach nur in der Kildi die ganze Zeit, bis sie den Glocken haben. Ah ja, stimmt, das macht Sinn. Ja. Alte Bad Boss Taktik. Und die anderen suchen derweil wahrscheinlich die Dinger. Aber so macht der ja ordentlich Kills auf jeden Fall. Ja, Kills sind ja egal hier. Es geht ja um den Cube. Oh. Heiko ist rot. Ja, ich hab nur ein halbes Herz. Heiko hat nur ein halbes Herz. Oh oh. Ich wiederhole einfach immer alles. Das ist gut. Schneidest du den Ball wieder? Wo steht das noch? Klappt das einigermaßen jetzt, nachwachsmäßig? Weiß nicht. Sieht nicht so aus irgendwie. Ja, ist zumindest relativ groß, da ist aber nicht viel drauf momentan. Da ist ein Walzen. Zwei Hungerkeulen hab ich nur noch. Ah, der ist noch nicht fertig. Na, ich hab noch zweieinhalb. Ist jetzt auch nicht so der Burner. Ich glaub wir werden eh gleich sterben an irgendwas. Ne, ne. An Hunger, wenn dann. Ja, genau. Ich spawnt nen Creeper, der hier spawnt. Weil ich hab doch nicht meinst'n Schwert bei. Nehm jetzt 55 Eisen schon. Ich hab auch fast nen Stack. Plus, was jetzt im Ofen ist. Ich pflanze mir hier noch nen Baum an. Hm, wie hoch muss das sein für nen Baum? So grob. Ah, noch 10? Eigentlich 10 ist der hoch. Ja, zwischen so 10. Ich hab bestimmt auch noch ein bisschen mehr Platz ne. Ich hab bestimmt mal ein Lava runter. Oder ein Creeper, der so oben hier aufm Kopf fällt. Wo sind wir denn hier runtergekommen überhaupt? Hat jemand noch Wasser? Ne. Ähm, ne. Ähm, ne. Äh, hier. Da, in die Richtung. Ach, Gias. Boah, viel Eisen noch in der Decke. Gias. Fünf Stück. Spark. Sehr schön. Ähm, Spark. Wasser war hier irgendwo in ner Höhle. Ich weiß es aber nicht genau, wo. Ich glaube in dem Gang, wo das Korn ist, irgendwo rechts auf der Seite. Ja, hast du das hier so zugebaut, wo wir runtergekommen sind oder was? Ja. Was war dat denn hier? Ich glaub mit, mit, ähm, Kabelstohnen. Ich würd gern mal wissen, wo ich hier bin. Du weißt, dass du umstierbst? Oh Gott, hier ist ein Enderman in dem Tunnel. Guck den nicht an, ne? Äh, der kann mal schön da draußen bleiben, der Penner. Oh, die stirbt mal drauf. Ted stirbt jetzt durch nen... Spinneren Mob. Spinner. Meine Erzfeinde. Cave Spiders. Im Günther wurde besiegt. Das sind Günther wurde besiegt. Ah. Ich hab Wasser gefunden, aber das sind Mobs, da geh ich jetzt nicht rein. Scheiße. Ich muss irgendwo... Scheiße. Aber 10 ist halt nicht hoch. Also wo ein Baum wächst, das ist hier schon viel zu hoch. Da ist die World Border. Irgendwie kommt mir das so vor, als wär überall die World Border. Ja. Ich glaub, die ist doch überall. Meinst du Junge? Ja, nur auf der einen Seite halt, ne? Oh. Oh, meine Pickles sind weg. Hier ist ne Höhle drüber. Bei mir ist ein Verdacht. 50. Und Heiko? Kommst du in unsere Richtung? Ja, so langsam. Wo bist du ungefähr? Ich bin bei minus 750 und 50. Also gleich. 50, 50. Na, musst du noch so 250 Blöcke graben, ne? Na. Na. Mensch, hast ja gut gerechnet. Ungefähr so. Ich hab nur Eisen. Wenn ich deine aktuelle Geschwindigkeit berechne, in der du dich vor Ort bewegst. Was? 17 Block die Sekunde. Radadadada. So, der Baum hat jetzt die volle Ladung Licht. Gehen wir zur Baumfarm, ne Weedfarm. Sehr gut. Und ich mach mir auch mal Eisenequip jetzt. Weil wenn hier einer rein stürbt. Ich hab jetzt noch ne halbe Hungerkeule. Ich fang jetzt gleich an Schaden zu nehmen. Haben wir was zu essen? Ne, leider gar nicht so. Woll ich nirgendwo noch ne Mobf haben, wo was Skelette klatscht. Noch mehr Dias. Lol. Weißt du, Heiko findet die ganze Zeit, er kommt gleich hier an und ist full Dias. Ja klar. Ja heftig wird das. Und er wird von einem weggeklatscht, der ähm. Und der hat dann full Dias. Genau. Am Ted hier sind 40, hier sind 40 Eisen drin. Mach dir mal ruhig. Eine Kiste? Ah ja, da. Okay. Vielleicht gar nicht so schlecht. Einen Korn hab ich hin. Warte mal, ich hab ein Knochen noch. Warte mal, hab ich nicht irgendwas an? Hattu? Habt ihr noch Tränke? Äh ja, aber nicht viel glaub ich. Okay. Ne. Gold und ein Creeper und auch Wasser, aber da will ich auch wieder nicht hin. Woll drauf zu gehen jetzt. Ja. Ja. Ted, ich hab ein Brot für dich. Ja, gib mal. Bei dir ist es am dringendsten, ne? Oh danke. Ich hab halbe Hungerkeule halt jetzt noch. Okay, jetzt hab ich wieder drei. Geil. Ne, deswegen nicht rennen, am besten nur normal latschen. Ach, Mann. Ach, Mann. Ich weiß nicht. Oh, ich hör ein Skelett hier. Oh, da unten steht's. Oh, da unten steht's. Oh, da unten steht's. Ich seh schon, ich stell gleich den Gravel. Weil der auf mich drauf fällt. Ja, der, der ist auch voll verbuggt, ne? Auf dem Server der Gravel. Ja, ist auch. Deswegen hab ich so Angst. Ich pierche mir jetzt beim Skelett an die Füße an und versuch da wegzuklatschen. Ich weiß nicht, die Koordinaten, ne? Von der und Zander Basis, ne? Ne, leider nicht. Tade, sonst hätten wir da einfach mal wirklich einen Tunnel hingraben können, so. Eiko, hast du da nicht drauf geguckt? Mein Tunnel führt ja zurück zu denen komplett. Ja, stimmt. Der Tunnel? Ja, wo bist du denn mittlerweile? Was brauch ich jetzt? Oh, hundert Blöcke noch. Das ist aber geil. Lol, ey. Das Skelett ist genau hier drunter. Boah. Ist ja cool, Heiko. Hast du schön weit gegraben, ne? Ja. Ah, fällt gerade auf. Ich hab das Soundpack wieder drin. Boah. Jetzt aber wo die Zombies so dort schreien. Genau, ich wär jetzt fast in Lava gelaufen. Nenn du mal die ganzen Dias. Ja. Alter, das war mega knapp jetzt. Oh. So. Irgendwo hier war das Skelett. Ich will dieses blöde Skelett töten, damit wir halt wieder ein paar bisschen Knochenmehl haben. Knochenmehl. 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 Ja. Wir sind nicht down hard. Ich komm da nicht hin, ich will ja nicht im direkten Fight. Komm nicht. Direkt da hin. Am wenigsten. Am wenigsten. Am wenigsten Damage. Oh mein Gott. Die Diamanten sind echt super gesät, ey. Okay, ich bin jetzt unterhalb des Skeletters. Boah. Ich bin jetzt auch fast in Lava gefallen. Hui. Alter. Hui. Und bei dir ist alles Glasbark? Wär sonst mal wieder ein Dead Sheep gewesen. Ja wohl mir alles klar. Jo. Ich bin einfach nur am Farmen, am Farmen, am Farmen. Aufnahmezeit ist in zwei Minuten vorbei. Da stirbt das Skelett. Was ist das denn jetzt wieder? Voll, voll Pussy. Habt ihr wieder das Skelett töte? Oh Gold. Jawoll. Wie tötest du es denn? Von unten. Nur an den Beinen so. Boah. Oh Mann ey. Ja, der ist echt Hardcore. Boah. Aber was soll man gegen die machen? Die sind doch alle Full-Dia jetzt, oder? Nee. Die fahren ja nicht so viel wie wir. Machst du. Aber wir sind von uns noch keiner Full-Dia. Die alle wahrscheinlich. Ich schon. Du bist Full-Dia? Nein. Wollte schon sagen ey. Auch nur Eisen Enchanted und so. Ich glaub nicht, dass die die ganze Zeit fahren. Nee. Ich glaub ich auch nicht. Bei denen ist wahrscheinlich Action. Obwohl glaub ich auch nicht. Wir haben auch Action. Verbrennen hier fast. Oh Gott, hier ist eine Höhle. War der OP-Apfel eigentlich verboten? Was war verboten? Der OP-Apfel war verboten, ne? Ja, ich mein schon, ne? Ja. Ja, aber der normale nicht. Den ich ja gegessen hab oder mein Schwert weggeworfen hab. Ja, du Idiot. Sonst hätten wir gewonnen. Nicht. Was darf ich jetzt her hier? Hier. Da hat ein löchriger Käse hier unten. Ja, wir werden nie mehr äh zu unserer Base finden nachher. Ach, das stimmt. Und irgendwo werden ein Skelettes borgen. Warum gräfst du ein bisschen lang da, Peter? So, da durch so. 30 Seconds left. Hi. Deswegen buddel ich immer mit Struktur, damit man alles findet. Das stimmt, hat mal eigentlich auch Sinn. Ja, hier ist gar nichts. Hier hat nichts ne Struktur, glaub ich. Das Bargolf Fenix buddelt mit Struktur. Ja, genau. Bargolf Fenix, 17, buddelt mit Struktur. Denn auch meine Seite ist vorbei. Ja, krass, ne? Dann Disco nicken wir mal. Bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.